hallo und herzlich willkommen im video training der firma riesen consulting mein name ist matthias riesen und ich begleite sie durch dieses fusion 360 video training heute schauen wir uns einmal zwei kleine erneuerungen an einmal im skizzenbereich die skizzen skalierung diese auch mit reingekommen und im zeichnungsbereich war es interessantes wie man sachen übernehmen kann die in den eigenschaften hinterlegt worden sind oder das parameter sind im prinzip schauen wir uns an dann wünsche ich viel spaß in den nächsten minuten und wenn das video gefallen hat würde mich natürlich freuen über einen kommentar ein daumen nach oben und ein teilen des videos dann schon mal danke dafür also eine kleine erneuerung was reingekommen ist aber mit großer wirkung ist diese skizzen skalierung nach der ersten bemaßung hat andere systeme eigentlich schon lange aber fusion wird ja auch immer besser und zwar ist es hier gesamte skizze bei der ersten bemaßung skalieren das würde der haken schon drinnen weil das auch schon die ganze zeit verwendet habe ich lasse das jetzt auch einmal drin ich zeige es gleich einmal was das macht nachher zeige ich wie es vorher gegangen ist wie man das auch hat immer machen können man braucht es eigentlich nicht die funktion aber es ist super wenn es drin ist weil man wesentlich weniger arbeit hat so also ich gehe mal hin in die skizze und das ist jetzt so wenn ich jetzt hier irgendwie was aufziehen mal daumen und hier da was rein mache ich mache jetzt dreimal das gleiche beispiel und zwar jetzt ist hier halt die skizzen skalierung drinnen und jetzt habe ich das ein viel zu groß gezeichnet dass ein proportional nicht richtig das soll vielleicht 25 sein zack und er skaliert halt hier die komplette skizze das heißt die anderen maße macht er proportional passt da an das ist natürlich eine super sache weil ich nicht mehr so aufpassen muss das heißt sie kann das pi mal daumen zeichnen jetzt mache ich die skizze skalierung raus hier im prinzip also wie es jetzt vorher immer war das heißt hier wieder in den konstruktionsbereich rein hier den haken deaktivieren so ich lösche das gleiche beispiel wieder jetzt mache ich am anfang erst einmal den klassischen fehler was da immer alle gemacht haben das heißt die ziehen dass ich möchte dass das ungefähr 25 ist die länge unten dann sind die leute immer her und haben das x beliebig groß aufgezogen und jetzt hat ja das hier unten hat er jetzt ein maß von 60 das heißt es ist von meinem maßbereich 25 von dieser range ewigkeiten entfernt so jetzt zeichne ich auch hier oben das kleine rechte klein und jetzt bemaße ich hier unten diese linie auf 25 und dann passiert logischerweise das da dass ich jetzt extra escape machen muss die bemaßung abbrechen im prinzip das wieder mit gedrückter linker maustaste reinschieben so arbeiten eigentlich oder haben immer sehr viele gearbeitet dann beim nächsten maus hier soll es meinetwegen hier 35 werden passt jetzt wieder wie der escape wieder reinschieben im prinzip ja so arbeiten viele wenn man das schon so macht dass man das hier so ganz weit weg zeichnet ich mache mal schnell rückgängig so dann bitte nicht erst das maß hier zeichnen sondern man hat dann immer das hier definiert zum beispiel jede zwei und dann hier die vier meinetwegen dann ist nämlich dort das maß hier nämlich schon definiert und dann passiert nämlich da auch nichts mehr und dann kann man auch da in den ganzen anderen range bereich erzeichnen man muss es nur wissen vom hintergrund was das für ausschlaggebende ja auswirkung hat wenn man das so macht wie gesagt es war gar kein thema man hat es immer gezeichnet wer meine videos anschaut ich habe schon sehr sehr häufig gesagt ungefähr in diesen größenbereich zeichnen dann braucht man auch dieses skalieren nicht ist natürlich super würde ich auch immer drin lassen ab jetzt weil man nicht so genau aufpassen muss aber wenn das doch 35 25 dann zeichne ich ungefähr in den range bereich jetzt bin ich bei 25 8 34 da oben rein und jetzt ist die bemaßung reihenfolge nämlich völlig egal weil mein maß nämlich schon in den ungefähren bereich liegt und dann brauche ich auch hier keine bemaßung skalierung nach der ersten bemaßung ist natürlich eine tolle sache ganz klar bleibt bei mir auch immer drin in winter hat es auch schon lange zeit deswegen bin ich natürlich auch gewohnt aber friars hat es auch nicht gegeben weil und da wie gesagt hier ist jetzt egal wie ich das bemaßung oder wie groß ich das gezeichnet habe er passt es immer automatisch hier an und das ist natürlich schon eine feine sache und das ist das erste und das zweite wenn ich jetzt schon dabei bin mache ich jetzt schnell mal fertig hier ich sage hier meinetwegen schnell das ist die gesamte breite ist gleich 30 als ein parameter vergabe dann mache ich gesamthöhe ist gleich 35 meinetwegen hier und dann habe ich hier die zwei und die firma vorgehabt haben hier die zwei dann da die vier dafür gebe ich jetzt keine parameter normen dann extrusion dann mache ich jetzt gesamt tiefe tiefe ist gleich 100 fertig so dann gehe ich dann die eigenschaften hier hier einmal rein erst einmal material vergeben noch mit toll das erste dann speichere ich das rein hier unter test youtube so und die eigenschaften vergebe ich auch noch das heißt irgendeine nummer das ist sowieso begrenzt also hier bauteil nummer also sich 16 08 20 23 beschreibung video so jetzt schaue ich noch schnell das ist vorne das passt hier und jetzt gehen wir da in die zeichnung rein aus der konstruktion und was jetzt hier neues ist bei einigen sachen das heißt hier bei pfeilen bei texten und bei bemaßungen kann man jetzt was auch übernehmen jetzt mache ich schnell hier mal so eine ansicht und hier auch so 3d modell brauchen auch noch jetzt kann man da ein bisschen was übernehmen das heißt wenn man jetzt mal hinschaut ich habe jetzt hier einen text mit führung meinetwegen und dann kann man hier das anwählen und jetzt ist neu hier der eigenschaften bereich auch und zwar hier gibt es die allgemeinen eigenschaften physikalisch und die parameter das heißt allgemein bauteilnummer bauteilnahme beschreibung material das heißt ich kann es jetzt übernehmen zum beispiel bauteil name klick hier auf das plus und schon trägt er mir hier als attribut im prinzip das ein wenn sich der name ändert das können wir gleich einmal machen beim material da ist einfacher dann muss ich nicht umbenennen das bauteil das heißt ich mag es jetzt einfach noch mal hier mit anmerkung da füge ich jetzt das material ein das heißt physikalisch allgemein was drin material so sieht man schönes material so jetzt gehe ich mal hier rein dann ändere in meinem teil das material das braucht jetzt die eigenschaften so normales aluminium ich speichere ab dann wird das jetzt hier gleich eine v3 so test youtube v3 wenn ich jetzt in die zeichnung reingehe jetzt wird es interessant aktualisieren so und wie ich sehe aha hier v3 jetzt automatisch und hier aluminium das heißt die attribute hat er jetzt automatisch aktualisiert diese attribute kann man auch in den benutzerdefinierten tabellen mittlerweile verwenden das ist ein bisschen der fortschritt was jetzt kommt für die konfiguratoren sache und das ist wirklich cool das heißt man kann jetzt auch hier zum beispiel auch bei den bemaßungen hingehen und da gibt es ja auch die sachen kann man viel viel machen dann hoffe ich sie haben wieder was gelernt dann bis zum nächsten mal ciao